so und damit hallo und herzlich willkommen zu basmati reviews und altes live das ist schon die siebte folge und ab folge acht spielen wir auf einem neuen server als korps das wird spannend aber jetzt erstmal viel spaß mit dem siebten video euer basmati team ist sehr wenig von hier dass wir schnell rein springen sollen wir ins auto rein oder was meinst du oder dass wir wegfahren mit dem summer kommen wir nicht weiter also ich zumindest kommt zu mir mit dem hemd entweder ich komme ich komme noch wirklich haben noch drei andere leute platz aber bei mir im auto ist der ganze mess wollen wir es wenigstens versuchen mit dem hemd mit was der hemd noch zur verarbeitung zu bringen ja also jetzt haben wir es noch ganz meiner zumindest alle fahrzeuge die wir reparieren auch wenn man es loskommt was ich schreibe die eisern und zerk und da oben ist er doch nicht doch nicht da oben sonst setzt mich gleich mal ab hier aber über die wieder schnell rein im bus bände okay hier stehen glaube ich zwei von euren trucks ja da bin ich auch kapiert wird es noch eine waffe vielleicht sehen ich glaube aber nicht jetzt jeden typen er kommt auf dich zu flieg weg der schießt auf dich flieg weg wir brauchen unbedingt er hat das gerade geballert wieder ja flieg mal ein bisschen weiter weg bitte manu was sollen wir machen ja ja zieh den irgendwie ein bisschen hinter dich ja wie viele fahrzeuge sind jetzt noch entstanden ich habe von irgendwem ist der gelbe und der zackmark von mir und der hemd ist noch was hast du noch hast du zweck was da ich habe jetzt neuen meth aufgehoben von einer person ja von mir wahrscheinlich keine ahnung ich schlafe zu den anderen koffern wo soll ich dich jetzt rauslassen sonst lass mich irgendwo raus der wird langsamer der heli ich glaube er will landen wohin denn ich sehe den nicht das ist in meinem rücken ok ich sehe unseren der pflicht weg kommen jetzt die chance kommen wir jetzt einfach kommen ich renne zu deinem ich renne zu dem ich habe 1 der voll das funktioniert wieder ich bin raus fliegt los beschützt schnell schnell wo land ist abgebrochen ist abgebrochen ich weiß nicht ach das ist doch eine scheiße warte ja wo seid ihr wo seid ihr ich komme ich stehe hier liegt ja hier wer fährt mit dem hermit weg das bin ich bin gleich nebenan soll ich kommen und die beiden lkw kaputt warte der fliegt da der fliegt da fliegt da jetzt geht er runter der geht der geht runter der er bleibt er bleibt oben er geht nicht und er geht wieder hoch ich glaube er geht wieder ich habe ich habe ihn gelockt oder so okay er schießt auf mich glaube ich über die er hat mich über die barriere flieg weiter versucht ihn ab wenn er anfängt auf euch zu schießen dann dürft ihr ihn doch aber auch wieder angreifen auch oder aber wir wollen ja nicht unbedingt schießen weil er weiß ja wo wir sind ja wir sind wir sind wir sind also wir sind gar nicht hier wir müssen wenigstens den hemd durch kriegen er tut glaube ich nicht dass er das meint aber der meint wir sind weggelaufen auf welcher straße wieder kommen nicht wieder hier hin fliegen ja fliegt bitte weg von hier ein bisschen nicht hier wieder hin fliegen nicht wieder hier hin fliegen wie viel prozent wie viel prozent okay okay 109126 auf dieser straße und fahr kannst du meinst noch reparieren alle fahrzeuge reparieren was geht fliegt da hin und hol dir alles was er hatte ja ich müsste am besten wäre wenn ich mein zusammen repariert krieg weißt du ich habe noch eins da hat dein salto die echt mal was gebracht kann mich jemand abholen ich bin beim ich bin meinem abgestützten heli erwarte ich will da gerade ich kann aber ein auto fahren und verarbeiten das kann ich erst noch machen dann teilen wir das gleich alles aus hast du alles aufgesammelt nicht hier liegt nichts sollte eigentlich was liegen oder ich komme ich bin da ja und ich dann holt mich ab dann nicht ab was ist wenn er vorhin sollen wir fahren ich komme ich komme ich komme ich komme 600 dollar auf wo ist denn noch mal die verarbeitung ich habe schon wieder verpeilt und verarbeitung genau ich habe 600 geld aufgenommen hier ich bin da ich bin da ich bin da ist dann auch wieder einsteigen was ich lieber in der luft bleiben bleib ich bleib in der warte und komme zur verarbeitung ich bin tot ich bin tot was mit dir ist dein heli offen nein ich bleib einfach daneben plötzlich kommt da flamme und ich bin tot wirklich ja du stirbst immer von ja dann bleib mal bei der heli ich komme dann gleich sammelschnell scheiße müssen in die andere richtung fahren ne ah scheiße fuck warte kurz bis es ausbrennt ne mann 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 ey toll jetzt hat er sich getrennt nicht dass das hat noch nicht ganz kurz oben im superbereich denkst du bist gestorben der heli ist rumgepackt ja ich hab's gar nicht was verreckt ihr denn alle ja ich war nicht er holt dann die waffe ich brauche unbedingt eine waffe da war das ein chaos echt mann ey gell plötzlich waren einfach nur helis über uns unfassbar wir sind jetzt 6,9 kilometer vor der verarbeitung 6,9 da vorne steht ein zamak das sind aber nicht unsere glaube ich aber schnappt ja lieber ein zamak anstatt den geländewagen obwohl aber wieso soll ich mir denn weiß gar nicht das war hundertprozentig war der kopfgeld auf uns ausgesetzt war ja klar aber mit der hat uns sogar getroffen aber nachher da auf die häuser der hat noch richtig knapp an uns vorbeigeschossen einmal hat er den lkw getroffen und einmal hat er genau hinter den laster geballert ja bei mir auch einmal direkt vor die straße und dann noch mal ins gebüsch da wo wir lagen ich hab ne waffe gefunden bringt das eigentlich was wenn ich den heli jetzt repariere ja ich glaube schon ist er dann wieder ganz nein ich glaube nicht dann nicht ich versuche das geld aufzudem aber ich komme da nicht dran weil es genau unter dem heli ist ok fünf kilometer vor der verarbeitung wie viel war das? 600 das war das von felix achso alter man ey das war wieder boah zum glück bin ich nicht gestorben mit den 95.000 ey ja das ist echt so das war ja ja die hätte ich dir wiedergeben können das ist ja nicht das problem ja trotzdem wäre doof gewesen also wir müssen jetzt wenigstens den hemd hier durchkriegen mhm das sind ja noch zwei andere trucks ja also der gelbe und der zamak ist noch auf dem weg ich hole den heli raus dann gebe ich euch luftunterstützung ja ja weil ich glaube das wären 100.000 gelieben ich habe zwei hummingbirds keine sorge Felix wo bist du? ich bin als vierer ich komme jetzt gleich dahin musst du nicht musst du nicht da gibts nichts mehr da gibts nichts mehr ich komme jetzt wieder zurück die zamaks die reparieren die zamaks da ja zwei stehen noch da rum soll ich jetzt zur verarbeitung fahren? ich weiß gar nicht also wir sind auf dem weg zur verarbeitung 3,8 kilometer noch ja ich bin jetzt da der zamak und der gelbe sind unterwegs also ich flieg über euch ein bisschen ok? ja aber wir haben ja keine schlüssel dafür ne? für das auto da ja lockpicks er ist abgeschlossen die sind teuer 7k ne? ja und die können abbrechen da brauchst du mehrere auf jeden fall zwei oder? ich weiß es nicht ich kauf drei ich würd schon so drei, vier mitnehmen ja was wollt ihr denn machen? was wollt ihr denn machen? was? die was? oder was? ja ich hab auf jeden fall Gott sei dank hab ich ne waffe gefunden er hat nen bann gekriegt was? hat bann gekriegt ja wie lang? weiß ich nicht er hat die m bann gekriegt er hat die m bann gekriegt also wahrscheinlich 94 stunden aber jetzt auch schon keil ja doch das ist besser als gar nichts ja ich auch ich kann nix machen gerade auch nicht? bei mir ist alles so normal also bei mir auch ich hab zwei gelbe kette aber alles normal ich fahr jetzt abstand schön am strand vorbei ihr habt die zwei kaputten teile hier mitgenommen ne? ne ne die zwei kaputten stehen noch da ich kann ihn nämlich nicht mehr finden ich bin grad eben an den vorbeigefahren aber ich kann's nicht mehr ja vielleicht sind die schon weg also weg ja wir waren grad noch vorbei da waren sie auf jeden fall noch da heli ist über mir kannst du mich abholen? ah du bist da ok ja wo bist du? ich bin in äh Atira Gravia ich hab noch einen werkzeugkasten ja reparier mal eins ich hab noch drei aber bei mir lagts jetzt ich kann mir das nicht der ist noch aufgeschlossen ich bin knapp zwei Kilometer von ihr entfernt einer ist noch aufgeschlossen kann jetzt irgendeiner die beide sind noch aufgeschlossen beim verarbeiter ich bin beim verarbeiter gleich beide sind noch aufgeschlossen ich bin ich bin an der Garage bei Atila also da ja du bist ja der Gruppenführer oder? kann der Heli mal bitte herkommen zur verarbeitung ich reparier jetzt ein und komme auch zur mehrverarbeitung der andere steht da auch der ist aber offen also der ist nicht zu wer hat jetzt einen Hummingbird wer hat jetzt einen Hummingbird ich bin an Nikolas kannst du mal kommen äh ich bin grad zu Niklas weil er grad schon zuerst gerufen hat ach so okay ich kann Niklas ich komm jetzt gleich auch zu meiner Verarbeitung ne die anderen beiden jetzt ich glaub das ist alles gut jetzt schreibt Norstein wie kann ich euch helfen oh der soll sie im Aul halten ah sag jetzt sind wir durch hab schon geschrieben jetzt haben wir schon alle Bullen getötet ja hat er was verpasst für seine Let's Plays ah ja seine erfolgreichen streams Let's Plays ich komme jetzt zur mehrverarbeitung Leute ich starte kurz mein PC neu ich komme gleich äh wer von euch beiden hat den ähm pick up? der Fapsi ok ok gut dann kriegst du jetzt mal eben warte bleib mal stehen musst du mir gleich helfen ok endlich meine 95.000 umgesetzt endlich mal nützlich ausgegeben ja der hat uns ja mich hat er einmal getroffen oder so die Rakete ist ja auch noch direkt neben uns eingeschlagen das war richtig knapp noch ja zweimal zweimal ja hat das Ding in die Piloten und den Gunner? ich war überrascht wie viel das hatte ey echt heftig der war der ist mit ganz schön was angekommen ja oh ja wer hat Timeout? gut putters putters ja wahrscheinlich kein Internet mehr ja aber mir lag das gerade ne der hat ja gesagt wir starten PC neu oder? ja 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 gut ja stimmt oh mensch nicht auf WP als was? Nikolas? Nikolas? es tut mir so leid oh mein Gott ich bin so scheiße geflogen ich bin so scheiße geflogen ich bin so scheiße geflogen so geil aber das ist ich wollte eine Drehung machen und irgendwie hat es nicht runter geflogen ein looping zu viel ja wirklich Nikolas mit deinen Tricks ja das hab ich üben doch mal es fliegt nie mit Nikolas ja Niklas komm so näht das vor da kann ich dir was billig kaufen Nikolas jeden Tag ja Kleidung ich will auch mal eine Drehung machen und so und dann stürzen wir ab ja gestern auch man salto kann ich brauchen das ist einfach meine Beine ich habe eine Zerstörung ich höre nichts ich höre nichts ich höre auch nichts ich habe auch volle Lautstärke also ok wer braucht Kohle für einen Haufen das jetzt noch ey jetzt kommt am besten auch der Nordstein vorbei oder beim Drogendealer oder so das wäre so mies bei mir ging es kurz nachdem du rausgegangen bist wieder Nikolas brauchst du Wasserglas oder willst du nur eine Waffe haben ich brauche eine Waffe ich glaube ich bin jetzt fertig ich bin jetzt fertig jetzt werde ich machen was möchtest du eine Waffe mit der ich nicht erschießen kann haha ok gib mir irgendwie eine äh keine Ahnung eine Pipe waffe dich jetzt auf dem Boden leg es nicht aber wer hat wen umgebracht Nikolas er hat halt wieder Kunststücke gemacht oh man er hat versucht Kunststücke zu machen wo ist denn hier der ich habe gesagt du sollst die Waffe nicht anpassen Niklas ich habe wahrscheinlich also steht da unten noch ein Auto was ja da steht noch einer zu welchem Drogendealer wollen wir zu dem hier unten Purgos ah Purgos ok also würd ich sagen seid ihr schon fertig? ne fast ich komme jetzt gerade erst dann noch ein Kilometer ich muss da unten los jetzt fahren aber wir fahren dann ohne dich ja ja macht ja Sinn erstmal schön alles weg bringen die PDW ist weggeglischt alter was willst du warum hast du es weggenommen ich habe gesagt du sollst die liegen lassen ich habe verstanden nimm die PDW ich lege sie dir da hin ja 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 das habe ich wirklich verstanden dafür schieße ich dir in den Fuß alter Junge dann kicke ich dir so mach ich hier ein Warthouse Kick Leute ich habe noch ein Heli ich könnte ihn rausholen und euch vision geben von oben ja mach mal ich habe gerade die Frage hat dann Heli kriege ich dann auch Geld ab von irgendjemandem ich dachte du willst ein Dings nehmen wir teilen das alles aus ah fuck 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 wem gehört denn der eine hier der eine Transporter weil ich kann jetzt keinen Mäff mit ihm verarbeiten scheiße du kommst nicht ans Inventar ja das ist das Problem warte lass mich gucken vielleicht ist meine ja hinter mir sind gerade die Bullen her ich weiß es aber nicht ganz genau oh ich steht ein Hummingbird dann komm mal nicht zu uns am besten dann komm mal nicht zu uns am besten warte ich hatte einen Schuss gesetzt ja ist meiner ja ist meiner gut ist der Hammett fertig ja ich bin durch alles klar ey du schaust du mir du schaust dir jetzt in eigenen Sachen oder was ja genau so Nicolas das ist random das tut mir jetzt leid ja ich muss vieles leider Daniel pass auf ja Ich will nicht wissen, wie oft ich dir deine Sachen zurückgeben muss, es rückerstatten musste. Ich will nicht wissen, wie oft es deine Schuld war. Wer fährt vor? Okay, ich bin zwei. Nikolaus, hast du in irgendeinem Fahrzeug? Ja, doch. Ja, ich habe auch kein Flugfahrzeug mehr. Einzelt an. Ich komme zum Heli vorbei. Ist irgendjemand donatet, der sich donatet, dass Borna jetzt den Heli holen kann, der gerade nichts zu tun hat? Nö. Nö. Ich komme zum Heli, er führt jetzt nur um den Heli. Äh, könnte der Idiot sein, ne, das Borna abholen, Fragezeichen? Nein. Ist bloß eine Minute. Ja, egal. Ja. Daniel? Ja? Nein, du kommst nicht ans Inventar von dem scheiß Auto ran, ne? Doch, inzwischen schon. Das war meiner. Ah, das war dann mein, das war mein Merv, das krieg ich dann aber schon wieder von dir, Daniel. Ja, gerne, also ich auch, ne? Daniel, wir teilen das, okay? Mhm. Geld. Ich denke, es wird dir alles aufgeteilt. Nikle, ich, weiß ich nicht, wer, kommt drauf an. Haben alle jetzt noch irgendwen der von Ihnen? Da ist doch noch der, der eine Zarmag steht da doch noch. Ja, ein Zarmag steht noch rum. Dann holt du ihn doch. Ja, dann fahrt er mit dem Humming, oder fliegt er mit dem Hummingbird hin? Genau, ich lasse den Hummingbird da stehen. Ey, genau. Ich lasse den Heli stehen. Oh, war alles knapp, Alter. Ja, da steht auch der von Nikolas, also so. Deswegen wäre nämlich immerhin noch mehr Geld. Ja, genau, da steht auch mein Hummingbird, ähm, äh, da könnt ihr mich hinfallen. Dann hab ich wieder mein Hummingbird, bitte. Entschuldigung. Äh, sollen wir noch Repair-Kids und Dietrich mitnehmen? Ich bremse, ich bremse, ich. Ja, nimm mal Repair-Kids mit. Ich hab nämlich keine Ausrüstung mehr, außer eine Waffe mit einem Magazin. Nikolas? Ja? Du könnt, äh, noch eins. Nimm mal Abstand halten, zwei und drei. Ja. Ja. Weil ich bin in der Anfahrt nicht ganz so schnell. Aber der Zarmag, der Zarmag auch nicht wirklich. Äh, sind die Besucher noch einmal ein Fahrzeug, oder brauchen wir noch ein Dietrich? Nee, die sind alle aufgeschlossen. Gut. Ich würd sagen, jemand holt den anderen Zarmag, bevor sich irgendein Typ freut, dass er einen Zarmag gefunden hat. Naja, steht aber in der Wallachai irgendwo rum. Ich denke, wir werden hier gleich am Donator abgeholt. Mit dem Heli. Ja, aber beim Heli ist grad ne Rauchwolke, ne? Das ist beim, äh, Airfield. Egal. Egal. Das hat nichts zu sagen. Ja, kann nur sein, dass da ein paar Helis gecrasht sind, eventuell. Quatsch. Hat nichts zu sagen. Ja. Oh, das ist ein Heli. Einfach Noops. Genau. Die können's einfach nicht. Die machen immer Kunststücke. Ich hab grad erschrocken Stücke auch. Saltos und so, ne? Ja, die kann ich, die kann ich. Und rollen. Da fliegt ein Heli bei der Mehrverarbeitung. Der lange ist, glaub ich. Die rollen kann ich auch nicht. Okay. Wer ist Ullmann? Wer ist Ullmann? Wer ist Ullmann? Äh, den kenn ich, den kenn ich nicht. Ist das ein Eli? Ist das ein Korb, mein ich? Nein. Nee, Korb nicht. Nimm die Waffe runter. Wenn der Fax macht, dann knall ich den ab. Du kennst meinen nervösen Zeigefinger? Ich kenn's. Okay, jetzt hast du keinen nervösen Zeigefinger mehr. Irgendwann erschieße ich dich. Okay. Heimlich stundenleise. Er lacht jetzt noch, ey. Ah, durch den Arsch. Okay. Alles okay? Ah, scheiße, oder? Aukar, hier fliegen zwei Aukar grad los beim Heli. Wunderschön, sogar der Mond zu sehen. Ich glaub, der Typ verfolgt mich. Wir sind zu viert. Ja, der Typ verfolgt mich. Der Typ verfolgt mich. Ich fahr schon jetzt noch mehr zum Drogendealer. Ihr habt doch... Ah, ne, okay. Er landet. Chill, 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 chill. Oh, ich hab zwei. Kriegst du dich nicht, Niklas. Du weißt genau, was du machen willst. Ey, denk dran. Ihr müsst auch was trinken und zu essen noch, ne? Ja, ja. Okay, da kommen zwei Helis. Ja, ich freu, dass ich weggeflogen bin. Seid ihr noch mal restaurieren? Ich krieg dich nicht, ja? Wir sind gleich da, oder? Wie der 3er-Konvoi. Die Kurven sind hier alle doof. Ja. Einfach geradeaus fahren. Ich hab jetzt ein Mech rumverarbeitet, weil ich Schiss bekommen hab und schnell weggefahren bin. Ja, das kannst du ja entfahren gleich. Das geht gar nicht, das geht gar nicht. Also echt, so ein Einsatz hier. Gehst du mir jetzt so... Das ist dumm wohl. Das ist gar nicht dumm wohl. Nein, wir haben kein Gelöndewagen gepoundet. Jetzt ist er in der Garage. Hm. Ciao. Flex. Mega. Boah. Schöne Riesenkurve gefahren. Hehehe. Habt ihr Nightvision? Ja. Achtung, 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 Mauer. Fahrt einfach mit Nightvision, wenn ihr habt. Boah, ne, ist es... Ist bei euch schon... Ne, ist schon... Ist viel zu hell bei mir noch für Nightvision. Ja, stimmt. Aber bei mir auch. Bei mir nicht. Das ist scheiße. Du kannst mit deinem Hemet so über Mauern drüber fahren. Das will ich mit dem Zammack nicht unbedingt machen. Ja. Zu welchen wollte ich denn jetzt zum... Burgers. 900 Meter entfernt. Soll ich dich denn abholen, dann kann man irgendwie wegfliegen, oder... Da hast du Drohnglieder. Wir können es einfach so machen, dass... Felix, du kommst dir hin. Jemand steigt bei dir ein, ihr fliegt zu dem anderen Zammack. Einer steigt in den Zammack, fährt zum Drohnglieder und der andere kommt mit Heddy weg. Wow. Was ein Mega-Jump. WTF, jetzt bist du aufgestiegen. Wie kannst du aufsteigen? Na, ich bin ja... Ich bin jetzt im Stehenwüste. Scheiße. Dann hab ATG Nikolas hoch. Nein. Bei Abstand. Äh, ja, wo bleibt unsere Luftabbrotung? Echt, ey? Wo ist das Luftabbrotung? Ich bin jetzt schon auf dem Weg zum Drogendealer. Da hinten... Da hinten kommt ein Auto. Ah, ne. Oh Gott. Ich hab schon gedacht, das sah bei mir so aus. Diese Leuchte da. Warte mal. Ich fahre mit dem Auto, Niklas. Ich fahre mit dem Auto. Okay, fahre mit dem Auto. Da fliegt ein Heli. Felix, machst du das? Ja, ich bin in einem hässlichen... Ja, gut. Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit dem Auto. Wir machen hier eine V-Aufstellung. Jungs, brauchen wir noch einen Dietrich? Nein. Zu dritt eine V-Auf... Achso. Ein Dreieck drumherum. Ich muss noch übrigens, ähm... der Gruppe joinen. Der Bahn geht so ab, alter. Ist ja geil. Ja, solange ich nicht voll gegen... Gut so. Ja, so ist schon mal. Kann... Kann der Pick-Up bitte hinter uns. Alter, Niklas. Ich hoffe, du hast langsam alle deine Dings bezahlt. Deine Strafzeile. Wegen was du alles gesucht wirst. Mauer, Mauer, Niklas! Echt, ey, wirklich? Es ist doch echt zum Verzweifeln, oder? Ich höre ein Heli, ist das unserer? Ja, oder? Ja. Sehr gut. Ich schwib, ich schwib überall. Wenn, dann würde ich hier schon längst nicht mehr stehen. Niklas, willst du dazu noch was sagen? Oder kann man das unkommentiert in den Raum stehen lassen? Ja, was ist denn? Ich hab euch grad nicht gehört, Leute. Was ist denn? Ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Ich hab die gerade... Ja, weil die gerade... Weil die gerade Ding, äh... Ich hab die nicht gesehen und plötzlich war die vor mir. Wo ist hier die Bank? Soll ich... Sollen wir irgendeinem vielleicht das Geld geben und ich flieg den in Sicherheit oder so? Ja, gib mir das Geld. Ganz bestimmt nicht. Obwohl... Ne, ich weiß jetzt nicht. 364.000. Rote Kette. Rote Kette. Rote Kette. Rote Kette. Lieder Kette. Daniel? Es ist erst 20 nach. Sonst, ähm... Einer kriegt jetzt alles Geld. Macht euch auswählen. Nein, das ist... Ne, ne, das ist doof. Wenn der abkackt, sind wir alles weg. Ne, aber wir müssen trotzdem was zusammen wegnehmen. Daniel, wann kommst du? Wann kommst du? Ich bin 700 Meter entfernt. Okay, ähm... Lass, du lässt den Summerkirch stehen. Willst du mich nicht mehr mitnehmen, Nikolas? Ne? Komm mal wieder in die Gruppe rein. Wir sehen dich gar nicht. Markiert. Ja. Ist die offen? Ich weiß es nicht. Ne, die ist lockt. Ja, ich mach's ja gleich auch so bei dem... Ach, Nikolas, jetzt bin ich nicht mehr vorne. Sag mal, ich... Ich seh euch. Ich komm jetzt da an. Ja, kann jemand bitte eine aufmachen in die Gruppe? Ja, ich bin noch dabei. Ich versteh. Was? Grüß dich. Grüß dich. Danke, wir drin haben. Ich fahr jetzt super. Ja, ich fahr dir hinterher. Na, ich auch. Ich bin nicht schön. Ich komm jetzt erst an. Aber die Bank ist doch schon. Alter, ja, genau. Ich fahr den Fall gegen den Heli. Ich fahr gar nicht gegen den Heli gefahren. Du bist gegen den Heli gefahren. Ich bin nicht gegen den Heli gefahren. Wenn es kaputt ist, haben wir in der Arschkarte, ne? Ich bin 20 Meter davon entfernt. Boah, ich bin so froh, wenn das Geld hier auf der Bank liegt, ey. Ich bin so froh, wenn ich mit meinem eigenen Auto wieder fahre. Der Heli ist kaputt. War auf jeden Fall eine harte Tour. Ja, sehr, sehr harte Tour. Ich bin 2.000 Liter die vorbei gefahren. Ich sag das jetzt. Leute, entspannt euch. Ich komm gleich zurück. Ich muss nur kurz die Kohle wegbringen. Bis halt geht dies nicht in dem Moment. Es war bei uns genauso. Ich hab auch Angst, dass Nikolas... Ich hab extra dafür aufgepasst. Alter Nikolas, der ist irgendwie mal ein Scheißdruck gesagt. Äh, wohin wir mal nicht fahren? Richtung den... Sechsecken. Kann man eigentlich auch unverarbeitet das mehr verkaufen? Nein. Das wär cool. Ja gut, wir sind jetzt fertig. Warte, Felix, ich geb dir dann mal deine Hälfte. Mann, Scheißzaun, ey. Insgesamt 350.000 bekommen. Ja, das... Und plus 100.000, Daniel. Was? Achso, genau. Ja gut, dann bekommst du 250.000. Hättest du was dagegen, wenn ich fahre, Nikolas? Nein. Ja, ich hab was dagegen. Sag mir wer... Obwohl, warte, ich mach erstmal nen Test, ob du... Ob du... Weil ich hatte voll oft Bugs mit Freunden, die haben das Geld nicht bekommen. Hast du das Geld bekommen? Ja. Hey, ich finde immer voll doof, mit Nightwishen zu fahren und ein Licht anzuhaben. Da sieht man immer so einen Meter vor sich überhaupt gar nichts. Aber sonst wirst du mal angehalten, das nervt, aber. Stimmt. Ja, hier draußen in der Wallachai doch nicht. Ich bin aber fast vor Pölkers, also... Daniel? Hab's jetzt gegeben. Mach mal bitte das Ding auf, das Auto. Ich geb dir die Schlüssel für den Helikopter. Das Auto ist offen. Licht. Oh, sorry, sorry. Hey, was passiert? Dreh mal bitte um. Und rüste mich neu aus, dann komm ich wieder hier. Dreh mal bitte um, Repair Packet. Repair Packet. Ja, okay, was soll ich denn machen? Aber ich hab doch kein... Also der Heli ist doch kaputt. Fagen Nummer eins. Fagen eins, zurück. Ich hab zu viel Geld mit, dass ich... Ich komm gleich wieder. Okay. Kann der Heli gar nicht mehr fliegen, oder was ist das? Hast du denn Geld dabei? Bleib... Ich hab übelst viel Kohle dabei. Bleib da stehen. Dann steig doch bei mir ein, lass die Karre gerade hier. Hä? Ich bin... Ich hab den Heli nicht mehr benutzt. Kannst du mal schneller da. Bei ihm ist alles rot. Alles ist rot. Ja, ach. Wartet... Einer wartet beim Heli und ihr wartet dahinten mit euren Fahrten. Ja, ich warte beim Heli. Ich komm gleich. Ich hab nur grad ein, du bist zu viel Geld. Das ist kein Glück, dass sie es können. Ja, du hast den innerhalb von 500 Meter schon zweimal gegen die Mauer gesetzt. Haha. Na und? Passiert, passiert. So auch können, ja? Ja. Wollen wir durch noch ne Runde fahren? Noch zweimal kannst du's machen, dann bin ich tot. Also wenn wir noch mal ne Runde fahren, dann komm ich mit, aber ich flieg da mit nem Heli. Wollte ich grad sagen, dann gibt es mir eine eigene Luftunterstützung. Also Luftverbrauch. Ja doch, noch ne Runde hätte ich auf jeden Fall Bock. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich noch Zeit hab, aber dann kann wieder einer in mein Hemd. Ja, sonst fahr ich bei dir mit, äh. Na ne, Niklas geht's dir da. Aber mein Zabak ist irgendwo noch draußen. Ja, den holen wir doch jetzt da auf. Vielleicht können wir uns ein Heim mitkaufen, dann hab ich den kurz bist und bis gleich. Ja. 916.000. Jawohl. Also eine Mille gerechnet, knapp. Ja. Für alle Sätze. Ja, also für meins. Im Hemd. Mhm. Und wie viel alle, die ganze Ladung zusammen? Wir sind ja noch nicht alle da, ich muss jetzt den Repackets bringen. Ja, aber Daniel ist da, ich komm jetzt grad mit dem Samach. Wie viele Fahrzeuge sind da jetzt, ne? Eine Unglücksstelle? Ja. Eins glaub ich noch. Ah gut, das kann ich mit Nikolas holen, wenn man's hier schaffen, da hinzukommen. Es steht ein Auto auf der Straße. Wohl denn? Egal, ignorier den. Ach so, das ist der gelbe Pick-up. Ja. Das ist mal ein Pick-up. Nikolas, hier führen auch Straßenlack. Ähm, hier, Lasse, könntest du sonst den Pick-up mal eben schnell reparieren? Ja, ich komm grad zurück. Ja, danke. Bist du noch drinnen im Pick-up? Ja, ne, ich hab hier in der Christopher eingepackt. Keine Sorge, ich hab genug eingepackt. Damit ich das Geld auf der Bank aufbauen kann. Ah, ich brauch nen Mini-Cat. Wo steht der denn? Der steht... Auf der Hauptschloss. Der ist beleuchtet. Geh mal auf dem Fahrrad raus. Okay. Ah, ja. Ach, der ist da. Alter, Nikolas. Ah. Der ist ja auch kein Mini-Cat. Ich hab noch 30% live. Du bist in den 500 Metern jetzt schon dreimal gecrashed. Du bist ja fast so schön wie Winterchen. Sammeln wieder da. Äh, ich muss kurz auf gleich. Also gleich kurz. Gleich kurz. Gleich kurz, 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 gleich? Äh, gleich kurz. Nur kurz oder was? Oder länger? Ja. Hau lieber schnell. Okay, okay. Lasse, du hast noch den Schlüssel für deinen Samach, oder? Ja. Kannst du mir gleich geben? Den hast du? Ah ja, kann ich gleich machen. Ich bin ja krepiert. Also ich geh jetzt kurz auf, K. Bis gleich. Ich seh mal mit. Weil, da steht jetzt hier ja unab, un, äh, abgeschlossen durch hier in der Gegend rum, ne? Ja, ich reparier jetzt grad den Dingens. Ja, soll jetzt zurückkommen, dann gibt's mir kurz die Schlüssel? Ja, mach das. Aber pass auf, da steht ein Hemd und ein Pick-up mitten auf der Straße. Ja, der Pick-up, der Pick-up ist gleich weg. Fahr mich nicht um. Kann mich nur in der Nähe des Airfields abholen? Daniel hat ja den Heli. Ja, der ist aber kaputt. Wer ist das gerade mit dem Samach da? Wir sind das. Ich fahr noch nicht so schnell. Achtung, da steht ein Hemd. Ja, ja, alles safe. Ich bin einen Kilometer von der Mepa arbeit, dann muss mich mal jemand abholen. So, Pick-up ist heil. Warte, warte, lass du warte dann kurz. Jo, danke. Alles klar, wo sollen wir hin? Ich bin zwei Minuten da. Wir sind warten. Ist noch einer beim Hummingbird? Ja. Daniel. Gut, da fahr ich dann gleich hin. Warte, ich bin da. Ja, ich warte auf dich. So, und dann machen wir die zweite Runde, oder? Ja. Da muss Niklas wieder zu mir rein, weil ich nicht weiß. Alter, Nikolas, ey. Was wird ihm? Daniel? Ich hab noch 30% leicht, der User disconnected from your channel. Oh. Wer ist raus? Nikolas. Nikolas? Nein, hier. Du kriegst dann noch 450.000. Was für was? Ja, du bist mitgefahren. Ja und? Habt ihr ja auch noch gemacht? Habt ihr nur da gesessen? Egal. Egal. Es gibt mal das Geld. Ich kann sie auch behalten, aber... Nein, dann gibt's das halt, ja. Ich hoffe, ich kann jetzt dann mithelfen. Und nicht wieder ernst mit dem Heli. Ah, ganz schön. Zumindest hat's funktioniert. Am Ende. Leute. So, ich fahr noch kurz zum Heli. Okay. Ich rüste mich doch kurz aus. Dann nimmt Daniel meinen Heli und fliegt der mit. Und dann treffen uns gleich beim Drogendealer da, okay? Ja, okay. Kann mich jemand in der Nähe der Messverarbeitung abholen? Wir fahren einen Heli. Wir fahren einen Heli. Wir fahren einen Heli. Wohin denn? Fahren wir den Hammett hinterher. Wo steht jetzt der Hummingbird? Genau und eben beim Drogendealer. Okay, gut. Dann komm ich da jetzt hin. Alter, Adrenalin hoch 10, ne? Ging so. So, als der Heli auf uns geballert hat. Oh, ja. Da bin ich einfach nur Bleifuß weiter gefahren. Ich auch. Ich fand's krass, wie gut der ausgerüstet war. Das war heftig. Direkt hinter uns geballert. Direkt auf uns drauf einmal. Ja. Und wir haben uns einfach nur versteckt und sind die ganze Zeit so im Busch hin und her. War schon knapp. Das Ding in die Busche. Aber ich brauch unbedingt Minikit. Ja, dankeschön, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angeguckt habt. Wir können dann auch in die Playlist gehen und die vorherigen Folgen gucken. Ich würde mich über Kommentare und Bewertungen freuen. Und viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss... W